Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so einen QR-Code erstellen und das Ganze kostenlos am PC oder auch am Handy generieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige es zur besseren Veranschaulichung mal am PC, doch am Handy funktioniert es mit einer kostenlosen App fast genauso. Hierfür einfach mal einen beliebigen Browser öffnen, anschließend in Google QR-Generator eingeben und dann kann man eine beliebige Seite nehmen. Ich entscheide mal für qr-generator.de, denn diese haben auch eine kostenlose App, die du dir am Smartphone einfach mal im Playstore herunterladen kannst. Als nächstes müssen wir in diesem Bereich einfach mal einen Text, eine Datei oder auch eine entsprechende Webseiten-URL einfügen, in meinem Fall einfach mal zu meinem YouTube-Kanal und dann können wir auf der rechten Seite jetzt auch noch auswählen, ob wir hier vier solche kostenlose Varianten nehmen möchten. Ich finde das hier zum Beispiel relativ schön oder es gibt natürlich auch was, wo man etwas zahlen muss, wo es dann noch etwas ausgefallen ist. In meinem Fall passt es aber, weswegen ich einfach mal auf den Button Download klicke. Nach einem kurzen Moment ist der Download auch schon abgeschlossen und entweder klicke ich jetzt direkt auf das Bild hier drauf oder ich finde meinen QR-Code auch bei meinen Downloads drinnen. Zum Test habe ich mal meinen erstellten QR-Code ausgedruckt und jetzt möchte ich das Ganze mal mit meinem Smartphone ganz einfach überprüfen. Gehe hier also über diesen QR-Code drüber, anschließend natürlich noch die Webseite öffnen und wir sehen, das Ganze hat super funktioniert und somit haben wir jetzt auch schon einen QR-Code richtig erstellt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.